moin sind magers und margarin heute gibt es mal wieder neues video und zwar gibt es ein trackkite auf spar mit dem pampers bomber lasst euch überraschen auf geht's ab ins intro so wie wir das immer machen wir gucken uns jetzt erstmal die runde an und dann werden wir die gemeinsam durchgehen und dann mal ein bisschen drüber quatschen sehr gespannt let's go so 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 verschwinden, kann man anfangen zu bremsen und dann gehen wir natürlich in den vollen Bremsvorgang, rammeln da richtig rin in eine Bremse und dann werden wir an der Stelle ganz langsam von der Bremse runtergehen und versuchen uns zu orientieren an dieser Bande, sage ich mal, dass wir dort so nah wie möglich drankommen. Also wenn man im Auto drinnen sitzt, sollte man sich schon so ein bisschen in die Hose keckern, weil man schon sehr nah ranfährt. Also man sieht ja hier auch so, wir sind schon relativ nah dran und dann können wir ab hier jetzt auch ganz langsam schon wieder aufs Gas gehen und raus beschleunigen. Also es geht noch näher, aber das war jetzt in dem Moment, in der Runde hat das für mich gereicht. Und dann beschleunigen wir am Apex wieder raus und fahren einfach schön auf die Gerade drauf zu und dann runter in die nächste Kurvenkombination. die ist für einige ein bisschen tricky und es ist auch immer so ein bisschen abhängig, was für ein Setup man fährt. Also für mich persönlich gibt es da so ein paar unterschiedliche Linien. Also ich fahre es nicht immer gleich mit dem Auto. Der BMW, mit dem, ja mit dem Auto, das Auto, also der BMW ist jetzt hier an der Stelle sehr verzeihlich, da muss man nicht so wirklich ausholen. Und wir versuchen uns jetzt ja mal auf das Stückchen hier vorne zu konzentrieren, auf das Curb, dass wir dort schön links rauf fahren und dann mit voller Wucht, also ich sage jetzt mal Wucht, nach rechts hoch fahren. Wenn wir da jetzt mal schön langsam drauf zu gehen, wir bleiben im fünften Gang, fahren hier schön weit links raus und dann sieht man ja, danach fangen wir ganz langsam an, wieder nach rechts hoch zu lenken. Mit dem BMW kann man das Curb mitnehmen, würde ich aber nicht bei jedem Auto empfehlen. Also beim McLaren fängt dann so langsam an, der Hintern ein bisschen rumzuziehen. Der BMW ist da relativ verzeihlich. Und auf der Strecke hier hoch müsst ihr ein bisschen aufpassen, also falls euch das irgendwann mal passiert, hier ist irgendwo ein virtuelles Loch. Das klingt total bescheuert, aber irgendwo ist da ein virtuelles Loch, wenn man da reinkommt mit dem Reifen, ist das Auto komplett weg. Also wir müssen mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe es bis jetzt zwei, dreimal getroffen. Danach war dann Feierabend. So, wir fahren dann jetzt hier an der Stelle schön mit Vollgas hoch und machen die langsam die Lenkung wieder auf, dass wir hier so schön über den Hügel drüber fahren können. So viel wie es geht, damit wir für die Gerade genug Geschwindigkeit haben. Das hier ist übrigens vom Platz her, mehr geht da nicht. Also das ist so wirklich ganz, ganz kurz vor, wir kriegen gleich einen Cut. Also sieht man ja, der Reifen ist gerade so mit Hängen und Würgen noch über der weißen Linie. Sollte man jetzt nicht immer so knapp fahren, da kriegt man doch relativ schnell einen Cut. Dann fahren wir hier auf die Gerade drauf zu. Da müssen wir ja nichts sagen, das ist einfach wahrscheinlich von den meisten die Lieblingsbeschäftigung. Gas geben. Pettig? Mehr nicht. Und jetzt fahren wir schön straight nach oben und dann kommt hier das Curb. So, hier gibt es verschiedene, also ich will nicht sagen, verschiedene Bremspunkte wäre jetzt zu übertrieben. Mit manchen Fahrzeugen kann man ein bisschen später bremsen, mit manchen sollte man ein bisschen früher bremsen und als Punkt haben wir hier so das Curb oder je nachdem das 100-Meter-Schild. Man sieht hier auch vorne wieder, dass es da ein bisschen dunkler wird, im Optimal-Modus, also optimal Strecke, sieht man hier auch die Verfärbung und ab da bremsen wir und gehen runter in den zweiten Gang. Ich habe es heute mal mit einem dritten Versuch mit dem BMW, das war ganz okay, aber ein bisschen zu viel Geschwindigkeit. Die 2 war schon ganz okay. Und bremst nicht zu spät, weil wenn ihr zu spät bremst und dort hoch fahrt, schiebt das Auto die ganze Zeit nach links und es wird sehr instabil und ihr könnt es nicht einfangen und verliert dort sehr viel Geschwindigkeit. Also sieht man ja hier, das ist auch wieder sehr interessant, das auch mal von außen zu sehen. Hier an der Stelle habe ich persönlich ein bisschen früher gebremst, war wahrscheinlich so eine Experimentierrunde, aber man kann schon das hier vorne anpeilen. Ich hatte, glaube ich, an der Stelle und ich erinnere mich auch dran, probiert einfach mal die Kurve ein bisschen mit einem ruhigeren Auto zu fahren, weil es bei mir schon doch sehr, sehr unruhig war die Runden davor und habe dann dementsprechend ein bisschen früher gebremst. Was man hier auch sehen kann, ist, wir versuchen so ein bisschen noch nach links zu fahren, so ganz leicht, dass wir das Curb mitnehmen, um einen größeren Radius in die Kurve reinzukriegen. Also wenn ihr das später auch drauf haben solltet, da könnt ihr noch ein bisschen Zeit rausholen. Ich versuche mir das gerade so ganz langsam beizubringen, weil das doch eine Umgewöhnung ist, aufs Curb raufzufahren, so banal wie das auch klingt, aber da ist halt das Bremsverhalten und das Verhalten vom Auto immer ein bisschen anderes. Und wir gehen dann jetzt hier in den zweiten Gang und dann lassen wir uns hier schön hochrollen, wir lassen die Bremse ein bisschen schleifen und dann sieht man bei mir schon, ich gehe schon wieder aufs Gas rauf und dann nehme ich das Curb hier mit. Mit dem BMW geht das, mit anderen Autos, Ferrari, Honda, McLaren. Ist es ein bisschen schwieriger, kann man auch machen, muss man aber dementsprechend dann schauen, wie ihr damit klarkommt, ob ihr das Auto stabil halten könnt. Dadurch, dass wir jetzt, und das ist ein sehr schöner Punkt, dadurch, dass wir jetzt früher auf der Bremse waren, sieht man hier auch unten, wenn wir jetzt mal schauen, dass wir schon wieder viel, viel früher an das Gas rangehen, um das Auto da noch hochzuschieben, um das auszugleichen. Und dann fahren wir jetzt hier hoch, geben einmal ganz kurz Gas und gehen wieder vom Gas runter, damit das Auto sich kurz mal fängt und dann fahren wir links rein. Als Hinweis, hier vorne kann man das linke Vorderrad einhängen und ich beschreibe das immer mit einhängen, weil das Auto vorne links dann runterfällt und der sich in die Kurve reinzieht. Ist nicht ganz so trivial, muss man wirklich üben, weil die Kombination hier vorne nach da kann man schon einiges falsch machen, dass man zu schnell ist und dass das Auto sich dann überdreht und die nächste Kurve dann nicht funktionieren. Aber versucht euch hier vorne mit dem linken Rad einzuhängen, dass ihr rumkommt. Als kleiner Tipp für euch, wenn ihr Mittelmotoren fahrt oder Heckmotoren, Porsche, McLaren, Ferrari, versucht beim Rausbeschleunigen, also wenn ihr das Rad eingehängt habt, danach noch ein bisschen aufs Gas zu gehen, dass sich die Front wieder anhebt, also die Nase, dass sie einfach wieder runterkommt oder einfacher runterkommt vom Körb, dann passiert euch da in der Regel nicht so viel. Also wir fahren jetzt hier drauf, weil mir sieht man ja, ich bin noch ein bisschen am Gas, dann hänge ich mich hier vorne ein, fahre hier schön rüber und da beschleunige ich wieder raus. Hier können viele Sachen passieren. Wenn ihr zu schnell seid, überdreht sich das Auto und dann könnt ihr nicht vernünftig rausbeschleunigen. Das ist immer so ein Indikator für, ich bin zu schnell gefahren oder er schiebt sich komplett nach rechts raus, seid ihr auch zu schnell oder durch das Körb, wenn ihr zu schnell über das Körb fahrt, wird das Auto extrem instabil und es ist beim Rausbeschleunigen so ein bisschen Winky Wonky. Also da ein bisschen drauf achten, dass das für euch Indikatoren sind, dass ihr zu schnell seid, weil normalerweise kommt man hier richtig schön wieder mit einem guten Fluss raus. Wenn wir jetzt die Kurve rum haben, wollen wir uns so weit wie möglich nach da drüben positionieren. Wir gehen jetzt gleich in den dritten Gang rein und dann gehen wir ganz kurz runter vom Gas. Sieht man ja hier. Ich bremse noch mal ganz kurz ein bisschen an und dann fahre ich aufs Körb rauf. Geht mit dem BMW, ist mit anderen Autos wieder so ein bisschen, hängt vom Setup ab, wie stabil und wie das eingestellt ist. Beim BMW war es jetzt nicht so schlimm. Dann solltet ihr gucken, dass ihr, wenn ihr da die Probleme habt mit dem Körb, dass ihr nicht ganz so viel Körb mit nehmt, weil das Auto schiebt sich natürlich wieder vorne rechts hoch und zieht sich um die Kurve rein und das kann beim Rausbeschleunigen dazu führen, dass euch der Arsch wegrutscht oder das Auto generell komplett nach links rutscht. Also hier auch ein bisschen gucken, wie viel Körb man mitnehmen kann, wie viel nicht. Wenn wir das jetzt noch mal einmal ein Stückchen zurückspulen, ist das von der Kombination her, also wenn wir jetzt mal nach hier gehen, ein richtig schneller Prozess. Also wir gehen jetzt mal auf normale Geschwindigkeit, hier rein, raus, kurz runter vom Gas, reinrollen lassen und gleich wieder ans Gas. Hier beim Körb müsst ihr mal gucken, wie weit ihr rauskommen könnt. Man kann schon ein Stückchen, gibt aber auch relativ schnell Cuts, wenn man zu weit rausfährt. So, also achtet auf eure Geschwindigkeiten, was euch euer Auto sagt. Also du merkst das im Lenkrad, hört einfach darauf. Wenn nicht, macht ein bisschen langsamer, macht ein bisschen Piano. Dafür kommt ihr dann am Ende einfach ein bisschen besser raus. So, wenn wir jetzt auf die nächste Kurve fahren, die ist auch, ich möchte mal sagen, nicht so schwierig. Hier ist auch wieder das Körb, der Indikator für den Bremspunkt. Wenn das denn im Auto mehr oder weniger verschwindet, treten wir auf die Bremse drauf und bremsen uns hier schön die Kurve rein, also lassen sie auch schön schleifen und dann rollen wir einfach ein Stückchen runter in die Kurve und es läuft auch und läuft und läuft. Hier ist ein bisschen am Anfang ein bisschen tricky, weil man die Geduld aufbringen muss, dass das Auto und du einfach erstmal gar nichts machen, außer rollen. Und dann kann man hier vorne so, das ist für mich immer so ein bisschen, also ein Indikator, manchmal mehr oder weniger, da kriegt man halt so ein Gefühl für, ab da gehe ich so ganz langsam wieder aufs Gas und beschleunige dann raus. Hier muss man aber auch aufpassen, wenn man zu weit sich nach links tragen lässt, ist die nächste Kurve eine absolute Katastrophe, weil das Auto komplett instabil wird. Ich versuche für meinen Teil und ich bin jetzt noch nicht so der Sparversierteste, möchte ich sagen, mich immer so nah, wie es geht, am Körb zu halten und so die Mitte von der Strecke hier anzupeilen, dass ich ungefähr da rauskomme, wo ich jetzt bin. Am liebsten wäre mir noch ein Stückchen weiter nach rechts, aber hier ist auch okay. Man hat auch gerade gesehen, dass das Auto beim rauszusteutigen ein bisschen unruhig war. Hier muss man auch ein bisschen üben, bis man das so in den Körper einprogrammiert hat, dass man hier einigermaßen rauskommt, ohne wegzurutschen. Das heißt also, wir bremsen hier an, das Körper ist auch immer ein guter Indikator, dass wir bis da unsere Reisegeschwindigkeit erreicht haben wollen. Dann lassen wir uns hier rum, dann sieht man hier nochmal die grüne Stelle, da gehen wir nochmal aufs Gas und dann beschleunigen wir so ganz langsam wieder raus, orientieren uns hier mittig und dann versuchen wir uns, so weit wie es geht, nach rechts zu orientieren. Hier bei mir sieht man, wie gesagt, gerade nochmal, Auto wurde sehr unruhig, bedeutet in der Regel zu früh am Gas und die Lenkung war noch zu weit geschlossen und nicht auf, dass er dann ein bisschen überzogen hat. An der nächsten Kurve sehen wir hier vorne so ein schönes schwarzes Fleckchen auf dem Körb und das ist auch unser Indikator, da wollen wir nochmal eine Kleinigkeit machen mit dem Auto und zwar orientieren wir uns wieder schön nach rechts, wir gucken, dass wir so viel Körb, wie es geht, mitnehmen und wenn das dann im Auto verschwunden ist, wenn wir jetzt mal in die Innenansicht gehen, fahren wir jetzt da drauf zu und dann sehen wir hier vorne an der Motorhaube taucht das auf und da wollen wir bremsen. Ich habe hier sehr früh gebremst, muss ich dazu sagen, also ein bisschen später geht auch noch und dann wollen wir wirklich nur ganz kurz auf die Bremse tippen. Also nicht irgendwie groß Hickack machen oder lange bremsen sondern wirklich nur mal Batz auf die Bremse, dass das Gewicht nach vorne geht und dann gehen wir in die Kurve rein. Mit manchen Autos fährt es sich angenehmer im zweiten Gang, mit dem BMW ist es am angenehmsten im dritten Gang. Mit McLaren zum Beispiel fahre ich die im zweiten, mit dem Feve fahre ich die im zweiten und auch mit dem Honda fahre ich die im zweiten. Im dritten ist es ein bisschen zu schnell und da waren die Autos für mich immer zu unruhig, mit dem BMW ging das so. Also wir lassen schön die Bremse, wir treten schön die Bremse, ich korrigiere hier immer nochmal ein bisschen nach mit der Bremse und dann wollen wir hier vorne auch schon, wenn wir jetzt mal nochmal ein ganz kleines Stückchen zurückgehen, wenn wir diesen Punkt hier vorne wieder so im Augenwinkel haben, ab da wollen wir dann wieder aufs Gas gehen und raus beschleunigen. An der Stelle könnte man hier auch, wenn ihr merkt, dass das für euch ein bisschen schwierig ist, könnte man auch wieder das Körbe nutzen, weil das ist natürlich, steht hoch und dadurch zieht sich das Auto natürlich wieder mit in die Kurve rein. ist jetzt nicht so empfehlenswert auf Dauer, weil damit macht ihr euch irgendwann die Hinterreifen kaputt, weil ihr schiebt es natürlich dann so auf der Hinterachse rum. Aber für den Fall der Fälle, dass man Not am Mann ist oder so, könnt ihr das Körbe noch mitnehmen und dann könnt ihr da rum. So, und dann beschleunigen wir einfach mal rückwärts, machen wir natürlich nicht, wir wollen nach vorne und dann beschleunigen wir hier vorne einfach wieder raus. Körbe kann man hier noch ein Stückchen mitnehmen und das ist für mich mit dem BMW hier vorne die schwierigste Kurve, weil hier habe ich andauernd Zeit verloren. Ständig. Ich habe es wirklich in super vielen Varianten probiert. Ich bin noch nicht auf den grünen Zweig gekommen, ich denke mal im Laufe der Zeit jetzt, weil dem BMW bin ich auf Spahn noch nicht so viel gefahren. Im Laufe der Zeit wird sich das jetzt noch ändern nächste Woche, weil da ist wieder LFM Spahn. Da muss man noch ein bisschen testen. Für mich ist das hier vorne immer so ein Indikator, hier diese Verfärbung. Das ist übrigens nur am Anfang wichtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, boah Dizzy, was ist denn jetzt in der Nacht? Irgendwann machst du das automatisch. Irgendwann machst du das wirklich automatisch und dann reicht dir schon so eine ganz kleine Verfärbung, dass du weißt, wo du hindrückst. Aber hier, also wenn du die Bremse drückst, hier vorne ist wieder die Verfärbung, wo es für mich heißt, okay, rein in die Bremse rammeln und dann gehe ich in den dritten Gang, damit das Auto hochtourig sich schön in die Kurve reinziehen und dann können wir auch gleich wieder ans Gas gehen. Guter Indikator im Dunkeln ist auch der Blitzerkasten hier vorne. Ich nenne ihn immer gerne Blitzer, weil, naja, da vorne ist so ein kleines schwarzes Fettsächerchen drinne. Oder der Marshall, da weiß man so, okay, zwei, drei Meter früher muss ich mal in die Bremse reintreten und dann gucken wir uns das mal an. Wir gehen jetzt hier quasi darauf zu und man geht auf das äußere Curb drauf, weil das hat natürlich wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen, genau, einen kleinen Winkel und dadurch, dass man runterfährt, schiebt sich das Auto wieder schön in die Kurve rein und wir haben dann nicht so große Probleme, um die Kurve rumzukommen. Das bringt nachher auf Dauer viel Zeit. Im Regen übrigens absolut tabu, ne? Also das ist hier alles für trocken, nicht für Regen. Wenn ihr das nochmal für Regen haben möchtet, äh, sagt mir einfach bitte nochmal Bescheid. Wir können auch gerne mal Regen-Guides machen, ähm, schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr da Lust zu habt oder nicht und dann können wir das auch realisieren. So, wir treten jetzt also hier schön fleißig in die Bremse, gehen runter in den dritten Gang, lassen uns hier kurz in die Kurve reinfallen, ich korrigiere nochmal so ein ganz kleines bisschen nach und dann fahre ich hier wieder rein. An der Stelle kann man, und das habe ich mit dem Honda immer sehr gerne gemacht, auch wieder das Curb benutzen, um sich reinzudrehen, weil in Spa sind die Curbs alle so schön, naja, wie soll ich sagen, sie haben so eine leichte Erhöhung und, die helfen dir natürlich auch, dass das Auto sich manchmal so ein bisschen mitbewegt. Das sollte man nicht zu viel machen, weil sonst drehen wir uns wieder die Hinterreifen, weil dann schieben wir ja mehr über die Hinterachse, ähm, als dass wir fahren. Äh, hier an der Stelle mit dem BMW habe ich es jetzt nicht getan, war auch nicht großartig notwendig, bin dann einfach hier rausgefahren und man sieht auch, man geht super schnell wieder ans Gas, äh, schaltet hoch, geht in vierten und dann kann man hier volles Pfund rausbeschleunigen und einfach die Lenkung, ähm, nach links packen und dann fährt man hier schön um die Kurve rum und dann ist hier eigentlich auch gar kein Hokus-Pokus dabei, ist einfach fahren. Jetzt hier vorne an der Stelle, äh, die Kurve ist auch etwas tricky, ähm, für mich ist immer der Indikator hier vorne zu bremsen, ich habe hier, äh, auch wieder etwas früher gebremst, um, äh, mich da mal ein bisschen, äh, reinzufinden, weil ich das Auto vorher immer im dritten Gang hier, äh, durchgefahren habe, bis ich mal etwas anderes probiert habe, was mir besser gefallen hat. Ähm, also man sieht hier auch, man kann die Bremspunkte schon noch deutlich, äh, deutlich verschieben. Äh, für mich hat es hier aber an der Stelle, äh, für die Rundenzeit, äh, so gepasst. Und ich möchte jetzt, hier ist das Ziel in den, äh, zweiten Gang. Ja, wir lassen hier die Bremse schön schleifen, dass wir uns ranziehen können an das Curb. Ich fahre meistens hier auf das Curb drauf, lasse mich dann rumziehen und ich bin, wie ihr gesehen habt, nur kurz, äh, also hier unten gesehen habt, nur kurz im zweiten gewesen, einfach um ein bisschen Motorbremse noch zu kriegen, dass der so schön in die Kurve reinfährt und, äh, dann gehe ich wieder in den dritten und beschleunige hier so ein bisschen raus. Und hier, äh, ist eine schöne Sache, die ich von, hm, schöne Grüße gehen raus an Nils, äh, Nowjux, aber ich werde das niemals vergessen. Bewege deinen Arsch zu diesem Punkt, dass das Autozeichen ungefähr hier positioniert ist. Und das habe ich nie vergessen und ich weiß auch nicht, warum ich es nicht vergessen kann, aber ich versuche immer, wenn jetzt halt, ne, unser BMW-Zeichen, äh, vorne an der, an der Niere jetzt beim BMW, äh, da drauf fährt, dass wir das da oben positionieren und dann erst einlenken. Das klappt mal mehr, das klappt mal weniger, aber ich werde, äh, das ist für mich so eine schöne Eselsbrücke, äh, dass ich quasi diesen Punkt hier vorne bei der Verfärbung, äh, anvisiere und da versuche, das Auto hinzustellen. So, jetzt fahren wir da drauf schön zu. Jetzt bin ich hier schon im dritten, mit anderen Autos fährt man das im zweiten. Hier kommt jetzt der Punkt, äh, für dich, wenn du nicht BMW fährst. Wenn du hier ankommst, wird wahrscheinlich die Drehzahl so ausreichen, dass du im dritten kannst. Und dann schaltest du in den dritten und dann lässt du das Auto um die Kurve laufen. Da wir jetzt im BMW schon im dritten Gang sind, brauchen wir das nicht mehr, äh, großartig machen, sondern lassen ab hier einfach laufen. Man hätte das Auto noch ein bisschen weiter rechts hinstellen können, wäre besser gewesen, weil dann kommen wir nämlich mit ein bisschen mehr Schwung raus. Ich fahre jetzt hier, schön auf das Körb rauf, korrigiere nochmal ein bisschen mit der Bremse nach und dann fange ich hier hinten schon wieder ein zu beschleunigen. Also, ne, wir lassen uns schön reinrollen und dann wollen wir von der Beschleunigung her ab dem grünen, äh, Körb könnte man wieder sagen, ne, wenn das jetzt hier vorne, äh, wieder auftaucht, ab dem grünen Körb hat man dann so visuellen Punkten, hm, ab hier sollte ich dann langsam wieder anfangen, Gas zu geben. Das sieht man auch bei mir, da geht's dann langsam wieder los mit dem Gaspedal. Äh, das sind übrigens Dinge, die passieren unterbewusst irgendwann, ne, also, das macht ihr irgendwann automatisch. Also, wenn ich euch jetzt diese Punkte sage und ihr sitzt dann die ganze Zeit im Auto und sucht nach diesen Punkten, das sind einfach, wenn du fährst, irgendwann in einem Tunnel bist, siehst du das an dir vorbeifliegen und dein Körper macht das irgendwann wirklich von, von alleine. Ne, es ist jetzt einfach nur für euch mal so eine grobe, so grobe Anhaltspunkte, äh, die bei euch wahrscheinlich in der, im Sichtfeld auftauchen, wo ihr sagt, ah, okay, das habe ich schon mal gehört. So, dann können wir hier schön rausbesteuern hier aus der Kurve und, äh, hier kann man auch noch gut Curb mit dem, sollte man im Regen übrigens, äh, vorsichtig sein dann, an der Stelle und wir schalten hoch in den vierten und dann haben wir hier vorne das Curb, das ist auch wieder so ein visueller Punkt, da ist der Bremspunkt und dann wollen wir rein in den zweiten Gang. Äh, mit anderen Autos muss man nicht unbedingt in den vierten Gang rein, mit dem BMW passt das, äh, dass man in den vierten geht, hier kann man auch im dritten ankommen, das, äh, funktioniert auch wunderbar. Und dann bremen wir sie jetzt hier, äh, schön an, die Kurve ist ein bisschen, äh, vom, also, wenn ihr am Anfang diese Kurve fahrt, könnte sie ein bisschen irritierend sein, weil beschleunigt, äh, man beschleunigt nicht irgendwie am, ja, wie soll ich sagen, am Scheitelpunkt, sondern man fängt ein bisschen, einen Moment später an, weil die so ganz lang gezogen ist. da findet ihr euch, äh, aber sicherlich rein. Also wir bremsen uns jetzt hier wieder schön rein, man sieht auch, wir gehen ein bisschen von der Bremse runter, ich lasse sie dann halt laufen, benutze hier das Curb wieder, dass mich das schön mit rumzieht und, äh, beschleunige dann hier hinten raus. Äh, was mir halt aufgefallen ist, ähm, das habe ich aber jetzt, äh, noch nicht probieren können, was ich jetzt am Ende, als ich mir das angesehen habe, äh, rausgefunden habe, ich denke, dass man, wenn man jetzt Short-Shift, also wenn wir jetzt zum Beispiel in den dritten schalten, äh, also sofort hochgehen, dass das Auto hinten raus, stabiler sein wird. Weil bei mir ist es hier an der Stelle, dadurch, dass wir das Curb mitnehmen und das so ein bisschen, naja, winky wonky ist, ähm, geht hier noch ein bisschen, äh, Zeit flöten an der Stelle, die man noch, mitnehmen könnte. Also, mein, mein Schaltvorgang kommt sehr, sehr spät und hier hinten auch, äh, erst vorm Curb. Das könnte man ein bisschen früher machen. So, und hier ist eine schöne Sache und da habe ich, äh, für mich das erste Mal so ein bisschen ein Auto verstanden. Äh, schöne Grüße gehen raus an, äh, Michel, Pingu, äh, der mir das damals beigebracht hat. Wenn wir uns jetzt hier mal das Curb angucken, dann sieht man, dass das so ein bisschen schräg runterfällt. Und diese Kurve habe ich ganz, ganz lange immer lupfen müssen, weil ich das Auto nicht um die Kurve rumgekriegt habe. Liegt daran, dass ich mit dem Auto niemals komplett draußen war. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, was hier passiert, also wir fahren jetzt komplett raus, ich mache jetzt mal ein bisschen langsamer und dann fange ich an einzulenken und dann sieht man, wie das Auto so eine leichte Schrägstellung kriegt und sozusagen da reinfällt. Und dadurch, dass es da reinfällt, zieht sich das einfach um die Kurve rum. Das ist halt bei den anderen Kurven und auch bei den anderen Guides, äh, wo ich euch das immer mit dem Curb erklärt habe. Hier an der Stelle steht das Auto ausnahmsweise mal nicht schräg, also so, sondern es steht jetzt so. Und das macht, das hilft dir, um die Kurve rumzukommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier runterfallen und sich das Auto sozusagen schon dadurch schön angestellt hat für die Kurve, kannst du hier volles Brikett ohne zu lupfen durch die Kurve fahren. Wenn du merkst, dass es schwierig wird und du kommst nicht ganz rum und du hast das Gefühl, du kriegst einen Cut und das merkt man irgendwann, kann man auch wieder nach vorne mit dem rechten Reifen auf das Curb fahren und das zieht dich dann wieder so ein bisschen mit in die Kurve rein, dass du nicht allzu viel Zeit verlierst. Sollte man wieder nicht so häufig machen, ist nicht so angenehm für die Reifen. Und dann kann man hier, wenn man auf diese Sachen achtet, schön volles Brikett durch beschleunigen und raus. Und hier ist es sehr, sehr wichtig. Also diese Kurve ist sehr wichtig, weil ich, also in den anderen Trackguides habe ich euch das auch schon mal erklärt, das ist eine Kurve, wo danach eine sehr, sehr lange Zeit eine Gerade gefahren wird. Das heißt, hier ist euer Exit super, super, super wichtig. Das heißt, wenn du hier lufst, hat der hinter dir, wenn der super rauskommt, einen sehr, sehr großen Vorteil. Das heißt, wenn ihr beispielsweise im Kampf seid und irgendeiner, ihr merkt, dass der immer näher kommt und der sitzt euch im Nacken und ihr verkackt diese Kurve, ist der höchstwahrscheinlich hier danach an euch vorbei. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier rauffahrt auf die Kurve, ich lasse das mal in normaler Geschwindigkeit laufen, fahren jetzt hier rein, geben Gas, fahren schön auf das Körb rauf, lassen uns runterfallen und dann können wir hier voll raus besteuern. Relativ simpel. Dann kommt hier natürlich jetzt zur Buster-Penn eine sehr lange Gerade, also bei vielen Autos kommt die nächste Kurve, sie fahren sie im fünften. Beim BMW bin ich leider immer in Begrenzer reingekommen. Also sie schalten erst in den sechsten nach der nächsten Kurve. Bei mir kommt jetzt der Begrenzer. Also wenn wir jetzt mal gucken, wir sind jetzt schon bei 6,8, wir wären jetzt bei 6,9, 6,9, also kurz vor 7 kommt er in den Begrenzer rein und hier oben bin ich jetzt einmal schon am Begrenzer gelandet und zweimal so kurz davor. Deswegen habe ich jetzt aus Reflex irgendwann immer hochgeschaltet. Bei der Kurve ist auch wichtig, wenn ihr sie mal zu zweit fahren solltet, gesetzt den Fall, das kommt irgendwann mal vor. Außenbahn ist richtig am Arsch. Also wenn ihr könnt, bleibt auf der Innenbahn. Außenbahn ist richtig kacke, weil du mit sehr viel sag ich mal Zug ankommst an der Stelle und du musst ja dann irgendwie um diese Kurve rum und es könnte doch relativ schwierig werden, den dann wirklich reinzuziehen von außen und auf der Innenbahn kannst du dich irgendwie noch so einigermaßen durchmogeln. Also versuch die Innenbahn dann zu halten an der Stelle und nicht die Außenbahn. Außenbahn kann gefährlich sein. So, jetzt sehen wir hier, dass wir auch an der Stelle, uch, das ist aber gut getimt hier. Hier passt noch, sag ich mal, eine Kaugubi-Packung hin. Ansonsten gibt es hier einen Cut. Also hier kann es auch einen Cut geben, wenn ihr zu weit hier rausfahrt. Also nicht zu weit rausfahren und dann schon relativ zeitnah einlenken. Also wie man jetzt hier auch sieht, ich fange jetzt schon an einzulenken. Hat für mich jetzt immer am besten funktioniert an der Stelle, um die Kurven dann rumzukommen oder um die Kurve rumzukommen, später einlenken, schiebt er bei mir immer dann über die Vorderachse. Hier wird noch ein ganz kleines Stückchen Körb mitgenommen. Würde ich jetzt am Ende nicht unbedingt empfehlen, weil da ein bisschen Geschwindigkeit flöten geht und ihr wollt hier so viel Geschwindigkeit haben, wie es nur geht. Also bei der Kurve früh genug einlenken und dann einfach committen. Auf dem Gas bleiben und rum. Bei Regen ist das wieder noch ein anderer Schnack. Aber da machen wir ja vielleicht dann demnächst mal ein Regen-Guide, je nachdem, ob ihr das haben wollt oder ob ihr das braucht. So, hier gibt es verschiedene Varianten. Also es gibt Menschen und die fahren in der Regel schneller als ich, also nehme ich mal an, dass das wohl der richtigere Weg ist, wobei es gibt hier nicht richtig oder falsch. Wenn ihr alleine fahrt, sehe ich sehr oft Menschen, die so anbremsen, also die schräg reinfahren. Ich fahre immer gerade rein, wenn du aber schräg reinfährst, ist dein Bremsweg theoretisch, um nachher an diesen Punkt zu kommen, um einzuknicken, kannst du später bremsen, weil der Querweg dann, also derselbe Querweg, wenn du den, okay, das ist super, willst du erklären. also geradeaus, wenn wir den geradeausweg schräg setzen, ist der Schrägweg zum Bremsen einfach kürzer. Ich habe es leider nie wirklich hinbekommen, den Schrägweg zu fahren, weil mich das komplett überfordert. Ich muss das noch ein bisschen feintunen, ich denke auch, dass das dazu führt, dass man noch ein bisschen Zeit rausholen kann. Also man könnte so anbremsen oder so anbremsen. Und dann gibt es da hinten, gibt es auch noch eine Möglichkeit, das sage ich euch gleich. Also probiert mal für euch aus, was für euch am besten funktioniert. Vielleicht, wenn ihr es von Anfang an lernt oder sowieso gerade um lernt, dass schräg euer Ding ist, müsst ihr einfach mal ausprobieren an der Stelle. Und hier sehen wir wieder eine Verfärbung auf dem Boden. Und bei mir ist das mal so ein Meter bis anderthalb zurück, je nachdem, mit wie viel Geschwindigkeit ich jetzt ankomme. Das hängt natürlich davon ab, wie unten die Kurve vorhin, also die Kurve davor, wie ihr da rausgekommen seid. Das kann schon so zwei, drei kmh Unterschied machen und das ist ja natürlich auch ein Bremsweg, macht sich das bemerkbar. Und dann stempeln wir hier volles Pfund rein und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Aha! Man sieht auch gerade, was ich meine. Ich fahre jetzt hier schön links nach außen damit ich wieder einen schönen Bogen, also eine schöne Bogenlampe für Bustop hinkriege. Wie gesagt, man kann jetzt natürlich auch quer reinkommen und dann rumfahren. Man kann hier geradeaus durchbremsen, man kann sich noch nach links am Curb orientieren. Also es gibt ganz, ganz viele Wege für Bustop. Muss nicht immer heißen, dass du mit einem spezifischen am schnellsten bist. vielleicht ist das bei dir auch so ein Mix von quer und nicht aufs Curb oder von gerade und aufs Curb oder ohne Curb und nur gerade. Probiert euch einfach mal an der Stelle aus, was für euch am besten ist und lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen, weil dann probiere ich da nämlich auch einfach mal ein bisschen rum. Also ich orientiere mich jetzt schön außen am Curb, dass ich sehr viel Platz habe und dann hier auf die Kurve drauf zufahren kann. Ich bremse mich jetzt hier so ein bisschen rein und orientiere mich auch immer, dass ich meinen Reifen versuche an dieser Wurst zu positionieren beim Rumfahren. Das heißt, wir fahren jetzt hier schön hoch und dann versuche ich an der Stelle für mich selber auch immer so eine Geschwindigkeit zu haben, dass ich mich ein bisschen weiter hier positioniere, damit ich besser rausbeschleunigen kann. Weil wenn wir jetzt hier so schräg rüberfahren, müssen wir das Auto in so einem ganz engen, unangenehmen Winkel hier rumzwirbeln und deswegen versucht euch mal beim Positionieren an dieser Linie hier zu orientieren, dass ihr da ungefähr bei diesem Kreuz ankommt, um dann besser nach links zu kommen. Der BMW ist jetzt hier ein bisschen, naja, er ist halt ein BMW, er ist ein Pampers Bomber und der Pampers Bomber ist nicht so drahtig, also nicht so drahtig, dass Busstopp hier super einfach vor der Hand geht. Also ich muss hier auch relativ häufig nachkorrigieren auf der Bremse. Also für euch auch noch ein kleiner Tipp, wenn ihr merkt, ich komme nicht ganz so gut rum, hat man ja irgendwann ein Gefühl, einfach nochmal kurz die Bremse tippen, dass das Gewicht nochmal nach vorne geht und dann zieht er sich so ein bisschen einfacher rein. Das wird jetzt hier auch, denke ich mal, gleich kommen, hier nochmal ganz kurz angebremst und dann kann man hier unten auch schon wieder rausbeschleunigen und kommt schön auf die Gerade raus. So, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückspulen an der Stelle mit ein bisschen Geschwindigkeit. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt von hier an und fahrt dann um die Kurve rum. Das wird super, super unangenehm. Also versucht euch wirklich, wenn ihr jetzt anfangt den Track zu leeren, euch so gut wie es geht nach rechts zu positionieren und dann einzulenken. Bei mir, man hätte sogar noch ein bisschen später einlenken können, um auch mal meine Linie da zu kritisieren, die wahrlich nicht die beste ist. Man hätte sie ein bisschen später einlenken können und wäre dann sogar noch besser aus der Kurve rausgekommen. Aber es hat jetzt an der Stelle hier für die 1.79 hat es gereicht. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit Spar und ihr fahrt jetzt alle 2.17 und noch schneller. Also ich hoffe, dass ihr noch schneller fahrt. Mit dem BMW, wie gesagt, habe ich so meine Schwierigkeiten, da die Orgel... Also um sie auf sparschnell zu fahren, muss man schon ein bisschen das Auto verstehen und auch wirklich sehr hart ans Limit gehen mit der Karre. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass wir so... Ja, mache ich jetzt einfach mal fix. Also mit dem Honda beispielsweise hatte ich damals eine 17.195 geschafft, wenn ich das mich recht entsinne. Und ich hatte auch mal eine 16.16 im Delta, habe sie leider nicht nach Hause gefahren. Der Honda ist dann aber an der Stelle bei weitem nicht so bequem wie der BMW. Der ist wirklich sehr agil, schiebt sich sehr schnell rum, kommt super mit Dampf aus den Kurven raus. Da müsst ihr dann mal für euch das probieren. Ich habe heute jetzt mal den BMW genommen, weil wir haben Samstag ein 9-Stunden-Rennen auf Sparfahren im Flexstream und wollte mich mal da ranwagen, weil wir ja auch dieses hießen BMW fahren in den Endurance-Rennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für Endurance ist das wieder sehr, sehr schön. Es ist... Man kommt gut durch die Kurven. Er ist sehr verzeihlich. Man merkt, dass er nicht wirklich sehr viel böswillige Sachen macht mit dir und man kommt super Urus hoch. Also mit dem BMW kann man schon seinen Spaß haben. Wenn ihr schneller fahren möchtet, weil das für euch wichtig ist, würde ich glaube ich nicht unbedingt BMW empfehlen, weil das ist... Da müsst ihr wirklich ackern, um schnell zu fahren. Also ich habe heute schon Rundenzeiten 17... 17, 3, 4 habe ich auch schon gesehen. Es gibt auch Menschen, die fahren da noch irgendwie 16er mit. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Ich wünsche euch super viel Spaß dabei, BMW zu lernen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mal Feedback da lasst. Wollt ihr vielleicht noch einen Regenguide haben? Wie sind eure Rundenzeiten geworden? Fahrt ihr eventuell andere Linien in anderen Kurven? Dann würde mich das natürlich auch interessieren. Und dann wünsche ich euch allen viel, viel Glück, viel, viel Spaß. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vergesst vielleicht nicht, euer Abo da zu lassen. Hammer die Glocke rein, gebt mir ein Däumchen hoch oder runter. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, wenn auch immer ihr das guckt. Lasst euch gut gehen. Bis denn Dansen!